yo leute was geht herzlich komme ich jetzt von einem neuen video auf vato gaming und ich ist so ein kleiner teaser zum freitag denn im freitag mache ich einen live stream zusammen mit glotzer fun und wir hatten vor ein freundschaften ck in clash of clans zu starten also mein clan der johne clan gegen den clan von glotzer fun den johne clan könnt ihr nicht können nicht so viel dazu beitreten das sind vielleicht nur vier leute also vier plätze nur frei aber beim glotzer fun clan sind noch 49 plätze frei also könnt ihr gerne mal ihm beitreten ich sage euch mal jetzt den event schon in dem gameplay was ihr da gerade seht sehen was wie der player tag ist erklären tag ist mein gott was los und vielleicht also der gewinner kriegt vielleicht was das gewinnerteam hat gewonnen ist klar mal schauen vielleicht machen wir juwelenverlosung oder im klatsch royal turnier oder sonst noch was keine ahnung können wir mal schauen was wir machen also bis dann und ciao wichtige eilmeldung der kanal exzellenz auf twitch unter anderem auch in meiner video beschreibung verlinkt streamt morgen von 19 uhr bis 21 uhr tom clancy's rainbow six siege wer dabei sein will einfach mal unten in die beschreibung draufgehen klicken und zuschauen ist ein cooler typ also bis dann verpasst den live stream am freitag nicht und ciao dann dann Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020